Wissenschaft steckt in allem, was uns bewegt. Sie bringt die Dinge ins Rollen und verändert sie. Wissenschaft bewegt die Welt. Die Kugel als Symbol der Universität Regensburg steht für Einheit und Vielfalt in Forschung und Lehre. 1967 startete die Universität Regensburg als vierte Landesuniversität in Bayern. Mit einem einzigartigen architektonischen Gesamtkonzept und in perfekter Campuslage, direkt neben dem Stadtzentrum von Regensburg. Seitdem hat sie sich zu einem national und international renommierten Zentrum für Forschung und Lehre entwickelt. Die Universität Regensburg ist überaus erfolgreich in Natur, Lebens- und Geisteswissenschaften. Zum Beispiel mit Forschungseinrichtungen wie dem 2017 eröffneten Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung. Oder mit High-Performance Computing. Oder mit dem Regensburger Zentrum für Interventionelle Immunologie, das sich mit der Entwicklung neuartiger Zelltherapien auf dem Gebiet der Leukämien und soliden Tumoren beschäftigt. Aufgrund dieser Forschungsstärke ist der Wissenschaftsstandort Regensburg hochattraktiv. In ihrem 50. Jahr ist die Universität Regensburg die größte und leistungsstärkste Hochschule in Ostbayern. Mit ihrer Vielfalt in Forschung und Lehre ist sie bereit für die Herausforderungen der Zukunft. Die Universität schafft optimale Rahmenbedingungen, um die nächste Generation für eine wissenschaftliche oder eine anspruchsvolle berufliche Laufbahn zu qualifizieren. Rund 21.000 Studierende lernen wissenschaftsorientiert und eingebunden in die Forschung. Unter anderem in einer der modernsten Universitätsbibliotheken Deutschlands. Als Volluniversität vereint sie ihre Fakultäten auf einem zusammenhängenden Campus. Diese Nähe schafft Raum für Kommunikation und Zusammenarbeit, die unterstützt wird durch eine exzellente Infrastruktur. Weiter bietet sie 196 Studiengänge aus den unterschiedlichsten Wissenschaftsbereichen. und ist bundesweit einer der attraktivsten Hochschulstandorte für Wissenschaftler und Studierende aus der ganzen Welt. Mit über 300 Partnerhochschulen international vernetzt, ermöglicht sie ihren Studierenden eine weltoffene und globale Perspektive. Aber die Universität Regensburg strahlt auch in die Region aus. Sie engagiert sich in Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. Sie ist innovativer Impulsgeber und nachhaltiger Entwicklungsfaktor für ganz Ostbayern und weit darüber hinaus. Und die Universität prägt das Regensburger Stadtleben mit ihren Studierenden, ihren rund 4000 Mitarbeitern und nicht zuletzt mit ihrem internationalen Gästehaus. Zukunftsfähige Lebenschancen erwachsen aus Wissenschaft, Lehre und Persönlichkeitsbildung. Viele Studierende engagieren sich mit ihren Talenten in universitären Musikensembles, studentischen Theatergruppen, künstlerischen Projekten oder im Hochschulsport. Diversität und Inklusion werden auf dem Campus aktiv gestaltet. Die Universität Regensburg begreift Vielfalt als Chance. Sie ist ein lebendiger Ort gemeinsamer Begegnung und Bildung für alle, die sich für Wissenschaft und Kultur begeistern. 50 Jahre Innovation in Forschung und Lehre. 50 Jahre Bewegung und Zukunft. 50 Jahre Universität Regensburg. 50 Jahre Innovation in Forschung. 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 Vielen Dank.